Willkommen in den Movie Park Studios. Verpassen Sie nicht unsere einzigartige Studiotour und tauchen Sie ein in die Welt des Films. Bitte vergessen Sie dabei nicht, in den Movie Park Studios wird auch in diesem Augenblick Filmgeschichte geschrieben und mit Hochdruck an neuen Produktionen gearbeitet. Erleben Sie Hollywood in Germany in den Movie Park Studios. Jerry Fox wird dringend an Set 4 verlangt. Jerry Fox bitte unverzüglich an Set 4. Mach's aus! Sofort! Ähm, Andy, was geht hier vor? Äh, Mr. Thrillberg. Also, ähm, nur ein kurzer Mikrotest. Das kitzelt! Ruhig jetzt! Lassen Sie den Unsinn. Heißen Sie unsere Gäste willkommen und dann Abmarsch. Ich brauch Sie im Kontrollraum. Aber natürlich, Mr. Thrillberg. Oh, Sam, wenn ich dich in die Finger kriege. Und Andy? Ja, Mr. Thrillberg? Einige von den Leuten da draußen könnten als Statisten für eine unserer Produktionen geeignet sein. Halten Sie die Augen offen. Natürlich, Mr. Thrillberg. Die Augen immer offen halten. Hab's verstanden. Gut, gut. Und nun? Hopp, hopp. Schon auf dem Weg, Mr. Thrillberg. Schon auf dem Weg. Und noch mal Jerry Fox on Set 4, bitte. Kann den Jungen bitte mal jemand wecken? Ich weiß, er ist der größte Filmster unserer Zeit. Aber hey, zwei-, dreimal sachte an die Tür seines Trailers klopfen, dürfte doch wohl erlaubt sein, oder? Ja, danke. In der Moviepark-Studiotour erwarten Sie einzigartige Einblicke in die Welt des Films. Erfahren Sie am eigenen Leib, wie ein Film entsteht. Von der Pre-Production über den Dreh bis hin zur Post-Production, in der alles zusammenkommt. Sichern Sie sich heute noch Ihren Platz auf unserer Tour. Sam, ich sag's dir ein allerletztes Mal. Man hackt sich nicht ins Studiosystem. Hast du das verstanden? Stell dir vor, Mr. Thrillberg erfährt davon. Dann bin ich ganz schnell wieder Kabelträger und du, keine Ahnung, machst das Piep an der Supermarktkasse oder so. Oh, Andy, mach dir doch nicht immer so einen Kopf über deine Zukunft. Unsere Gäste konnten sich gerade davon überzeugen, dass du für großes Kino geradezu geboren wurdest. Das ist die Rolle deines Lebens. Äh, was? Oh, grüß sie doch wenigstens mal. Hallo Leute, ich bin's, Sam. Du machst das sofort aus, du kleiner... Sam! Okay, das ist nun wirklich der allerletzte Aufruf für Jerry Fox. Mehr gleich, wie ihr den Jungen ans Set bekommt und wenn ihr ihn samt seines 15-Meter-Trailers dorthin fahrt. Drehbeginn ist in fünf Minuten. Mit oder ohne ihn. Drehbeginn ist in fünf Minuten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.